Namaste, ihr Lieben. Heute möchte ich mich mit einer ganz persönlichen Botschaft an euch wenden. Erstmal vielen lieben Herzensdank für die zahlreichen Glückwünsche und Gratulationen zu den 10.000 Abonnenten. Es freut mich wirklich sehr, dass jeden Tag die Zahl derer wächst, die sich vor allem die Tagesimpulse und die Channelings anhören und nicht nur anhören, sondern dabei sind und wirklich aktiv und bewusst gemeinsam mit allen lieben Verbundenen die Bewusstseinsfelder für diese neue Zeit, für den Frieden, für die bedingungslose Liebe einfach gemeinsam gestalten. Und habt so lieben Dank für die vielen Kommentare und diese liebevolle Wertschätzung und ja, all die vielen lieben, wundervollen Worte, die mich jeden Tag erreichen durch eure E-Mails, durch eure Kommentare. Es freut mich und berührt mich wirklich sehr. Ja, ich möchte heute ganz bewusst etwas zur aktuellen Situation sagen. Viele Menschen sind ja derzeit in richtiger Panik, verständlicherweise. Es geht um den 18. November, an dem das Infektionsschutzgesetz geändert werden soll und was massiven Einfluss auf die Grundrechte der Menschen haben kann. Ich bin noch ganz berührt und auch emotional aufgeladen. Ich habe eben die Botschaft von Frau Dr. Carola Chavit-Distel gehört oder Kistel gehört und sie beschreibt einfach das, was auf uns zukommen kann, wenn wir nicht gemeinsam alle jetzt aktiv werden und aufstehen. Hört euch bitte dieses Video an, beziehungsweise diese Sprachnachricht an. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig und es geht wirklich unter die Haut. Und ihr wisst, es liegt mir vollkommen fern, Angstfelder zu erzeugen oder Panik zu schüren. Das ist überhaupt nicht meine Art und schon gar nicht meine Wahrheit. Für mich ist das Wichtigste, dass wir wirklich alle wissen, wir sind bedingungslos geliebt. Wir sind behütet und beschützt und wir sind wirklich gottgleiche Wesen. Wir sind lichtvolle Wesen, Lichtwesen inkarniert in einem physischen Körper. Und wir sind angestanden, um dieses Leben hier zu leben und um diese Zeit gemeinsam mit und auch neu zu gestalten. Und dafür stehen wir jeden Tag auf, dafür treten wir jeden Tag an. Das ist das, auch wofür ich lebe, wirklich diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, das Licht durch mich hindurch fließen zu lassen, zu erden und wirklich zu schauen, ja, wo fühlen wir uns getrennt noch von unserer göttlichen Quelle, von unserer Schöpfermacht, von unserer Vollkommenheit. Das ist für mich auch der Grund, warum viele Menschen im Leiden so feststecken, weil wir eben vergessen haben, wer wir sind. Göttliche Wesen, gottgleiche Wesen, Gottes geliebte Kinder, so könnte man es eben formulieren. Und wenn wir in diesem Bewusstsein und in diesem Vertrauen jeden neuen Tag begehen, dann wissen wir, egal, was im Außen ist und egal, was auch immer irgendwer entscheidet, uns wird nichts geschehen. Wir sind behütet und beschützt. Und ich glaube auch wirklich, dass jeder seine eigene Realität erlebt, gerade in dem, was jetzt ist. Wir erschaffen jeden Moment, den nächsten Moment neu durch das, was wir aussenden. Deswegen sind wir die Bewusstseinsfelder von Frieden, bedingungsloser Liebe, von Urvertrauen, von Erdung so wichtig, dass wir einfach wirklich in der Liebe sind und in der Liebe uns um unser Leben kümmern. Trotzdem dürfen wir einfach auch wissen, dass es jetzt darum geht, dass dieses große Zeitalter des Patriarchats zu Ende geht, über 5000 Jahre Patriarchat. Und was ich glaube und fühle, worum es geht, dass wir jetzt nicht ins Patriarchat wechseln, sondern dass es wirklich um eine Gleichberechtigung der Energien geht, um Yin und Yang und männlich und weiblich. Es geht um die Liebe und um die Schöpfermacht, ja, um die göttliche weibliche Energie und um die göttliche männliche Energie. Und die göttliche weibliche Energie ist die Hingabe, ist das Vertrauen, sind die Bewusstseinsfelder beispielsweise. Und die göttliche männliche Energie ist, sich der eigenen Schöpfermacht bewusst zu werden und auch ins Handeln zu kommen und dafür zu gehen. Und mir ist es wirklich wichtig, ja, dass es für viele Menschen vielleicht jetzt genau in diesem Moment eine wunderbare Möglichkeit ist, für die eigene Wahrheit aufzustehen, die eigene Wahrheit zu zeigen und zum Beispiel nach Berlin zu gehen am 18. zu dieser Kundgebung, zu der Frau Dr. Carola Javid-Kistel einlädt, weil sie einfach ganz klar sagt, das reicht einfach nicht, wenn 2.000 Menschen kommen, das reicht nicht, wenn 20.000 kommen, aber mit 2 Millionen beispielsweise ist es einfach ganz, ganz viel Veränderung zu erzeugen. Und es ist so wichtig, dass wir einfach wissen, ja, dass wir für unsere Wahrheit einstehen dürfen und dass jeder Mensch ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten hat, wie er das tut. Aber wir dürfen wirklich aktiv sein und aufstehen, diese Informationen teilen, die so wichtig sind, dass die Menschen aufwachen, dass wir nicht in Kürze mit offenem Mund dastehen und uns wundern, was noch Schärferes jetzt geschieht und dass wir wirklich bald keine Rechte mehr haben. Und von daher ist mein Ansatz wirklich der, wenn du die Möglichkeit hast, aktiv etwas zu tun, zum Beispiel nach Berlin zu gehen oder diese Botschaften zu teilen, was auch immer in deinen Möglichkeiten ist und wirklich in der Liebe und im Frieden zu bleiben und diese Bewusstseinsfelder mitzugestalten, ja, weil alles ist Energie und alles ist Resonanz. Das Stärkere dominiert das Schwächere und gleicht es sich ihm an. Und wenn die Liebe und das Vertrauen größer ist als die Angst und die Manipulation und die Kontrolle, ja, und die Liebe ist die stärkste Energie und je mehr wir unsere Liebe zeigen und leben auf unterschiedlichste Art und Weise, jeder so, wie er das kann, ja, und wir können wirklich in Liebe aufstehen und in Liebe unsere Wahrheit zeigen, friedvoll, friedvoll und in Harmonie und uns verbinden mit Gleichgesinnten an einem so wichtigen Tag. Und das können wir wirklich tun, indem wir unser Licht und unsere Liebe nach Berlin schicken an diesem Tag und in Frieden und ja wirklich dieses Einheitsbewusstsein einer Welt in Frieden und ja im Alleinen und in der Verbindung und in der Liebe visualisieren und gleichzeitig können wir das auch tun, wenn wir die Möglichkeit haben, indem wir nach Berlin gehen und dort aktiv unsere Liebe, unser Licht und unsere Wahrheit erben. Und ich möchte dich einfach einladen, heute darüber nachzudenken, was du aktiv tun kannst, was du tun kannst in der Hingabe und was du tun kannst in der Schöpfermacht, denn wir dürfen beides vereinen in dieser Zeit. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir zugehört hast und ich bitte dich wirklich auch diese wichtige Botschaft von dieser wundervollen Ärztin zu teilen und all die vielen Informationen, die draußen sind, je mehr Menschen informiert sind. Ja, umso mehr Menschen wachen auf und umso höher wird das Bewusstsein für unsere wundervolle Mutter Erde in Liebe und Verbundenheit. Namaste. Amen. 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 Amen.